So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors Age of Calamity letztes Mal haben wir uns über die einzelnen Ganon-Missionen hier außenrum gemacht und da Zeug gefarmt, was wir halt brauchen. Was hast du gerade im Angebot? Ah, die Insekten wieder. Und jetzt müssen wir uns noch hier um die Ishirok kümmern. Die sind noch notwendig. Dafür gebe ich die jetzt wieder in den Sensor ein und wir gucken mal, wo es viele Ishirok geben könnte. Ja, hier oben auf jeden Fall. Okay, das ist eine sehr einfache Mission, weil die Stufe 17 war. Die könnten wir machen. Vielleicht gibt es da auch viele Ishirok. Müssten wir uns mal anschauen. Spezialtraining muss nicht sein. Junobos Mutprobe. Da gibt es auch einige. Aber Junobo dauert länger. Ich will eigentlich wirklich kurze Missionen. Die nehmen wir her. Der schnelle Reichtum. Da dürfte es einige Ishirok geben. Die nehmen wir. Mal schauen, ob ich richtig liege. Mal schauen, ob ich richtig liege. Die probieren wir aus. Ich glaube, das sind sogar die einzigen Gegner, ne? Also Ivarok und Ishirok. Müssten wir die einzigen Gegner sein. Wir schauen mal, wir schauen mal. Na komm. So. Ja, Perfektiko. Das habe ich bestellt. Genau diese Mission habe ich bestellt. Oh mein Gott, das sind so viele. Wir kriegen doch mit einer Mission kriegen wir doch alle Ishirok schon weg. Das ist ja Optimum. Das ist ja Fantastiko. Oh, der ist schon weg. Okay. Ich mache mal kurz die Kisten kaputt, weil Rubine... Die wollen wir nicht liegen lassen. Ah, genau so eine Mission habe ich gesucht. Genau so eine Mission. Ich bin begeistert. So, mach dich weg. Und Zelda kümmert sich um den anderen. Hat hier auch noch ein paar Ishirok, um die sie sich kümmern darf. Da unten ist noch einer, den nehmen wir noch mit. Da ist noch einer. Die nehmen wir alle noch mit, dass wir hier ja nichts auslassen. Sehr schön. Optimal. Und dann war es das hier auch schon. Das war jetzt mal eine Mission, genau wie ich sie mir vorgestellt habe. Eine Mission spielen und einfach schon fertig sein. So stelle ich mir das vor. Perfekt. Perfekt. Gut. Ah, Link verkauft schon wieder Sachen. Ach ja, ich muss die... Ich muss die Dinger leveln. Oh, man kriegt hier... Ah, man kriegt hier nochmal die Belohnung oder was? Oder ist das jetzt Zufall gewesen? In jedem Fall, da ist unsere Ishirok-Urkunde 36 Stück. Irgendwie 13 oder so hätten wir gebraucht. Passt. Nichts anderes haben wir gewollt. Damit schließen wir da unten das Gebiet auch ab. Damit schließen wir da unten das Gebiet auch endlich ab. Herdo. Genau, der Stern leuchtet schon. Das Gebiet ist auch fertig. Und wir bekommen... 50 Toppers. Und wir bekommen... 20 irgendwas Früchte und irgendwas zum Anziehen. Die Isolierhose. Na klar. So. Okay. Was fehlt mir hier? Ach, Wächter. Okay. Eine Mission, wo es viele Wächter gibt. Möglichst nicht nur einen, sondern wirklich viele. Da war doch eine Mission... Ähm... Wo ganz viele kleine Wächter auch dabei waren. Nee, die hier nicht. Nee, 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 nee. Da war doch eine Mission, wo ganz viele kleine Wächter waren. Welche war das denn? Nee, 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 nee. Die auch nicht. Friedhof der Wächter. Das war allerdings, die war nicht so simpel. Die war nicht so simpel. Ich überlege jetzt, soll ich... Die muss vielleicht nicht unbedingt sein. Nee, die muss auch nicht sein. Ja, wir spielen das letzte Plateau nochmal. Genau, so ist es. Ah, ja, Impa. Die Impa-Mission. Die Impa-Mission. Die hatte viele Wächter. Ich denke, wenn wir die nochmal spielen, sollten wir hinkommen. Ich denke, da kriegen wir am schnellsten die Wächter zusammen. Die Impa-Mission war das. Okay. Die sollte auch jetzt nicht so lange dauern. Ich meine, Impa ist nicht viel stärker seitdem geworden, glaube ich. Ich habe sie nicht wirklich stark gelevelt. Aber das war jetzt keine so schwierige Mission. Kriegen wir hin. Lad, halt. Oh, mach ich nicht gefressen. Ich bin ungeduldig. Lade. Aber ich hasse Ladebalken. Furchtbar. So. Jawohl. Lach alles aus, Pura. Ja, das läuft doch schon Optimum hier. Weg damit. Nummer 1. Acht Stück sind es. Und es kamen doch, glaube ich, sogar noch welche dazu, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es kamen noch welche dazu zu den acht. Aber ich kann mich auch irren, natürlich. Ich kann mich natürlich auch irren. Oh ja! Die Mifa-Mission waren auch ganz viele Wächter. Die Mifa-Mission waren auch ganz viele Wächter. Ich erinnere mich. Die Mifa-Mission waren auch ganz viele Wächter. Die könnte ich auch machen. Aber die hier geht echt fix. Also ich glaube, acht Wächter kriegen wir hier auf die Schnelle durch. Gar kein Problem. Das war dumm. Okay, machen wir nicht. Wusch. Oh, da ist, äh, okay. Ja, jetzt steht schon fünf von neun. Genau, weil nämlich ein paar noch dazukommen. So war das. Mit Stasis könnte ich. Ja, genau. Das kannst du mit Stasis. Hau rein. Optimal. Und weg damit. Welchen Kräfte messen? So. Eine Bombe. Vorsicht, Explosion. Genau, hier kommen jetzt auch nochmal. Da kommt ja sogar nochmal der Zornwächter. Also kommen noch mehr, als die jetzt da sind. Das ist ja optimal. Und weiter. Was will ich denn mehr? Mit Stasis könnte ich. Sieh hier. Ja. Jetzt findet es. Haltet mich nicht auf. So weit, ich lasse. Hau. Hui. Stabil. Das war's. Ja, also das waren 10 Wächter. Das machen wir einfach gleich nochmal, dann haben wir das zusammen. So. Das suche ich gar nicht als jetzt noch nach einer großen anderen Mission. Das machen wir einfach nochmal. Und dann ist auch gut. So, prima. Okay. Okay. Hier 10 Stück. Easy. Wir gehen mal kurz zwischendurch kombinieren, weil wir jetzt einiges zum kombinieren haben. Dann geht die nächste Runde auch gleich noch ein bisschen schneller. Nö, Impa. So, hier kombinieren. Impa ist hier. Oh, das Ding ist schon Stufe 20. Habe ich da schon gelevelt, dass es weiter geht? Ja, es geht schon bis zu 25. Alles gut. Passt. Ähm, zack. Wo ist die Kombinierdings dabei? Da ist sie. Da ist sie. Haben wir noch eine bei ihr? Nö, dann geht's einfach runter und ab dafür. Mö, dann gehen wir noch mal gleich noch eine Runde. So. Okay. Okay. Bast. Äh. Sidon hatte was zum Verkaufen. 815, jawohl. Weg damit. Oh, da hat noch was zum Verkaufen. Jawohl. Weg damit. Sehr gut. Link hatte ein bisschen was zum Kombinieren. Da können wir jetzt mal schauen, dass wir das Schwert vielleicht langsam mal auf die 30 bekommen. Erstmal die ganzen Kombinierdinge rein. Da ist eins. Da ist eins. Ach ja, die... Die Glückskelle, die ich nicht loswerden möchte. Weil es das DLC... Sie, es gibt's halt nur einmal. Das ist das DLC-Item. Ich will die behalten. Lasst mich. So einmalige Sachen habe ich einfach... Tue ich mir immer ganz schwer, die herzugeben. Einmalige Sachen hergeben tue ich mir immer ganz, ganz schwer. Das ist irgendwie so ein Ding einfach. Keine Ahnung. Ich bin komisch. So. Auf 28 kriegen wir es jetzt auch schon. Vielleicht haben wir ja Glück und es geht noch eine Stufe weiter. Jawohl. Sehr schön. Ach komm, wir wurschen jetzt alles rein, was wir haben. Ich meine, es kostet schon 1800 pro Kombinierung, aber wir sind so gut wie durch. Wir machen das jetzt auf Stufe 30, dass es weg ist. Wieso ist der Ast hier gesperrt nicht dumm? Was habe ich dir denn dabei gedacht? Oh, das hat jetzt aber... Das macht jetzt aber nicht viel. Warte mal, warte mal. Wenn, dann leveln wir schon die Sachen, die mehr ausmachen. Ach so, weil es wahrscheinlich sehr schwaches Zeug ist zum Leveln, ne? Ah, okay, 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 okay. Naja, viel besser wird's nicht. Scheiß drauf. Ab dafür. Immer noch nicht 29. Menschenskinder. Ich schaff's noch nicht mal auf die... Ah, jetzt bin ich auf der 29. Yes. Auch gut. Sehr schön. Aber wir schaffen es noch nicht auf die 30. Das ist ja unfassbar. Jetzt habe ich so viel da reingehauen. Oh, das hat nochmal ordentlich Schub gegeben. Würde ich es mit der Glückskelle zusammen schaffen? Lass die... Ich mach die mal weg. Na. Na. Ich will die aber auch behalten. Ich will die... Ich will die Dinger behalten. I don't know. So. Oh. Das hat nochmal ordentlich gezwiebelt. Wir sind fast bei der 30. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. So. Hier habe ich gerade gelevelt. Dann heben wir Impa mal schnell noch auf Stufe 70 hoch. Und dann geht die Wächtermission gleich noch ein Ticken schneller. Ein Tickchen schneller. So. So, Impa, du darfst nochmal. Wo war's? Wo war's? Da, Alltag für Impa. Ersetzen kann ich sie ja nicht. Na, ne. Das wäre jetzt auch blöd. Das wäre jetzt auch blöd, wenn ich sie ersetzen könnte. Und dann haben wir da oben den Abschnitt auch gleich. Und dann passt die Geschichte. Ihr merkt schon, die Mission bei Hateno hebe ich mir noch ein bisschen auf, die in Part 92 grandios gescheitert ist. Wir sind ja wieder aufgeladen, ne. Wir haben Feuer wieder voll, wir haben Eis voll, wir haben Blitz voll, wir haben das Essen voll. Ich sollte mit viel Strategie durchkommen. Ich werde aber vorher noch ein bisschen leveln. Ich werde die Charaktere dann noch mit Geld hochleveln. Wir haben jetzt so viele Diamanten. Ich werde die sowas von verkaufen. Die kann ich doch nicht alle zum Upgraden noch benötigen. Das ist doch Schwachsinn. Die verkaufe ich. Und dann level ich die Charaktere einfach hoch. Dafür ist der Manöverplatz ja da. Moin. Äh, okay. Jetzt zählt es. Und weiter. Ui. Oh, wow. Wie gemein. Ich hatte gar keine Chance, irgendwas zu tun. Habe ich nicht vorgekappt. Ui. Swoosh. Was? Dennoch, wer hat sich die Kräfte noch nicht? Ich bin in der Stasis! Wuii! Jetzt fehlt es! Jetzt fehlt es! Jetzt fehlt es! Ich bin zurückgeschlagen! Haltet mich nicht auf! Wuii! Warte ich jetzt auch erwischt? Nein? Jetzt aber! So, mach dich weg! Gott! Oh, die habe ich vorhin gar nicht gesehen, die Kisten hier! Da reißen wir doch mal schnell alles auseinander! Und weiter! Mit Stasis könnte ich! Mit Stasis könnte ich! Blöp! 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 Ui Und Abflug Alles erledigt Her mit dir Ui Alles verprügeln Weg damit So Und tschüss Klopp So Alle Wächter vollständig Damit geht's oben Zum Upgrade Einmal strecken Alltag ist geschafft So Oh verrostet 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 Das entrosten wir doch gleich mal Nein Erst geht's zum Upgrade Dann entrosten wir So rum So rum machen wir das So her Sehr nice Und Akala ist auch fertig Und es gibt 50 Opal Und ein Sternchen mit 15 so Maschinen Dingern Und der Hose Der Nimia Hose So Genau Hier wollte ich hin Ist schon gut Ich hab schon gesehen Wir haben was zum entrosten Einmal hier Einmal rein da Mit den Materialien Einmal ab dafür Okay Normales Hellseer Kodachi Nix Spannendes So Gut Jetzt Fehlt nicht mehr viel Ähm Hier fehlt noch die Mission Die können wir Ich glaub die machen wir als erstes Rückkehr eines Gegners Machen wir glaube ich als erstes Die Akala Mission Machen wir glaube ich Wirklich ganz zum Schluss Die ist Die ist kritisch Die ist böse kritisch Die ist Die ist sehr böse kritisch Ähm Weil da muss ich echt schauen Wege dem Zeitlimit Dass ich da ordentlich reinkomme Aber da muss ich dann einfach Durch Mich durchboxen Dann passt es auch So Okay Dann gehen wir doch jetzt mal hier oben In die Mission rein Und gucken mal Ob wir die hinbekommen Weil ansonsten gibt es jetzt hier gerade nichts zum upgraden Auch nichts wo ich noch irgendwas suchen muss Dafür Haben wir alles jetzt gemacht Sehe ich das richtig Ich sehe das richtig Das ist doch schön Dann gehen wir in die Mission hier rein Ich bin sehr gespannt Keine Highlight Items Zeitlimit Auch hier Aber es sieht nicht so schlimm aus Wenn ich mir das so angucke Wir schauen Wir schauen mal was passiert Oh äh Aber nicht mit Impa vorne Aber nicht mit Impa vorne Natürlich mit Linkyboy So Jetzt geht's los Jetzt geht es Los hier Jetzt nochmal dabei sein Jetzt nochmal frei sein Eine Runde kämpfen Bum Bum Einfach mal zoomen, während der Ladebalken lädt. So hält man sich wach. So, besiege die Truppen des Zornläunen, 0 von 6. Schauen wir mal. Wir haben ja hier theoretisch wieder mehrere Charaktere, die wir nutzen können. Ach! Da trifft er mich einfach, was soll das denn? Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt, weg mit dem. So, die Ladebalken haben angehalten. Sehr schön. Aua, aua! Ist das frech, ey. So, einmal runter hier. Hier ist gleich der erste Kampf. Moin! Ah, woa! Nice Nicht ganz, was ich wollte Das war auch nicht, was ich wollte Aua, das war auch nicht, was ich wollte Ach mann, dieser scheiß Baumstamm Ich treffe ihn halt auch nicht, ne? Jetzt Jetzt aber So Nummer 1 ist down Zack Abflug Okay, ich kann hier runter Da kommen dann die nächsten Gegner Kriegen wir hin Heilen darf ich mich ja diesmal in der Runde, ne? Was ist das denn? Oh Okay, das tut einfach weh Es ist einfach da und tut weh Okay, alles klar Abflug Hello Na, ich hasse das, dass ich zu langsam dafür bin. Immer die gleiche Scheiße. Die Viecher außenrum nerven auch dezent. Ruhe auf den billigen Plätzen. Shit! Okay, das war aber trotzdem gut, weil ich den Attackenhackl rausbekommen habe. Ich bin zu langsam. Okay, wir kriegen ihn trotzdem. Nee, wir kriegen ihn nicht. Ich muss auf die Energie achten. Langsam wird es kritisch. Jetzt... Okay. Machen Abflug. Ah, es reicht noch nicht. Okay. Alles klar, Zelda erledigt den Kollegen. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Ich werde jetzt nicht die Heilung verwenden bei Link. Ich werde erstmal mit den anderen kämpfen und gucken, wie weit es reicht. Nachher können wir immer noch heilen, wenn es notwendig sein sollte. Link! Keine Worte! So, das war das. Okay. Nun gut! Ja! So, Link. Kann ich dich irgendwie... Nein. Okay. Link, bleib mal bitte einfach, wo du bist. Okay, das wäre cool. Weil ich weiß nicht, ob nicht irgendwann doch mal der Feind angreift und dann bist du kaputt. Das wäre nicht so cool. Ähm. Oh, wenn ich das richtig sehe, muss ich jetzt sogar wechseln, weil ich gar nicht mit den anderen kämpfen kann, oder? Oder kann ich da hochlaufen? Ich weiß es gar nicht. Wir probieren es mal aus. Ah, warte, wir machen es anders. Ach, ich kann Zelda da... Ich kann... Ah, doch, ja, okay, ich kann Zelda da hinschicken. Gott, dann schicke ich Zelda... Schicke ich Zelda mal da hin. Und wechsle aber auch zu Mifa. Dann soll sie da mal hinlaufen. Währenddessen macht Mifa hier schon mal ein bisschen Radau. Weil wir ja ein bisschen auch auf die Zeit achten müssen, ne? So ist es ja nicht. Sehr nice. Okay. Dann geht es jetzt hier rein. Gegen den Eisläunen. Ah, der macht schon wieder böse Schaden. Das habe ich nicht bestell... Oh mein Gott! Seid ihr wahnsinnig, ihr Viecher da außenrum. Ich muss erst mal die beziehen. Ich muss die erst mal hier alle außenrum wegmachen. Alter! Jetzt aber hier. Sackig! Alter! Was hier für eine Scheiße los ist. Jo, da ist mir ein bisschen zu viel los hier. Aber die kommen immer wieder nach, ne? Das ist insane. Was ist denn da jetzt im Boden gelandet für Zeug? Au! Was ist das? Hilfe! Alter, ich komme mir gerade gar nicht klar. Der Silberne Leune hat Pfeile abgeschossen. Okay. Kann der Silberne Leune das mal lassen? Au! Okay, das haut nicht hin hier. What the fuck? Pfff! Ich übernehme. Er wird erst mal komplett verprügelt. Wait, sind das zwei? Ja, das ist alles nicht so gut hier. Ah, das ist ja vom Silbernen Leune hier wahrscheinlich. Äh, ja, okay. Das war nicht so gut. Wo dürfen wir starten? Ja, an der Stelle war es ja noch ganz okay. Und jetzt ist Link auch wieder voll aufgeladen. Das ist natürlich immer fies. Das ist natürlich immer wieder fies, wenn der Hauptcharakter wieder voll aufgeladen ist. Okay, dann schicken wir Link hier hin. Dann schicken wir Zelda hier hin. Und probieren den Spaß nochmal mit Mifa. Weil das war ja wild. Also wie sie da verprügelt wurde, das war ja anders wild. Aber jetzt weiß ich es, dass das passiert. Jetzt kann ich da vielleicht erstmal mich um da oben kümmern. Vielleicht ist das da oben etwas angenehmer. Dieses Tor hier. Vielleicht ist das hier etwas angenehmer. Was haben wir hier? Ah, da haben wir einen Silbernen Leunen. Alles klar. Bist du der Kollege, der die komischen Pfeile abgeschossen hat? So, das sieht doch schon besser aus. Nice. Ja, mach das bitte öfter. Dankeschön. Aber es ist schon frech. Also für das Spiel ist es schon frech, dass man seine Energie einfach zurückbekommt, wenn man auf erneut versuchen geht. Das ist schon ein bisschen gemein den Gegnern gegenüber, muss ich zugeben. Aber naja, was soll's, ne? Ist egal. So, schön A aufladen, das brauchen wir gleich für den anderen Kampf gegen diesen Eisläunen. Das da mit der A-Attacke kann ich dann erstmal aufräumen, die ganzen Gegner. Da muss ich erstmal mich um die kleinen Gegner kümmern, bevor ich mich um den großen kümmere, weil das haut ja überhaupt nicht hin. Das war ja furchtbar. Okay, Mipha hat den erledigt. Sehr schön. Das ist doch schon mal ein guter, deutlich besserer Verlauf als vorher. Und dann kann der auch keine komischen Sachen mehr machen. Okay, perfekt. So, jetzt muss ich nur den Dings besiegen, dass hier das Tor aufgeht. Zelda ist auch schon da, Link ist auch schon da. Aber wir machen das jetzt mit Mipha, weil sie ist ja auch aufgeladen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Sehr schön. Perfekt. Machen ab, Flugkollege. Oh, sie hat gerade ein Level-Up bekommen. Wie nice. Damit ist alles auf A aufgeladen. Damit können wir hier richtig loslegen. Das hat nicht funktioniert, ist aber egal. Sobald hier wieder zu viele Gegner sind, werde ich gleich meine A-Attacke spammen. Die kommen nämlich einfach nach, weil das einfach so ein Vorposten ist. Das ist das Ding. Aber Mipha soll jetzt ihre... Ich könnte jetzt mit Link kämpfen, ich weiß. Aber Mipha soll jetzt ihre Rache bekommen. Das war die falsche Taste. So wie sie vorhin auseinander genommen wurde, nimmt sie jetzt ihn auseinander. Was hältst du davon, Kollege? Das war nicht so gut. Falschtast, ich hasse es. Diese Schnell-Events kriege ich immer nie hin. Naja, so ganz auseinander nimmt sie ihn jetzt leider auch noch nicht. Aber es läuft deutlich besser als vorhin. Ich würde es ihr schon gönnen, wenn sie ihn jetzt besiegt und niemand sonst. Aua! Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht plötzlich mit meiner Energie am Ende bin. Das wäre nicht so cool. Ausweichen! Yes! Das war nicht, was ich wollte. Nice. Reicht es? Ja, fast. Ich wollte eigentlich noch mein Eis einsetzen. Naja. Okay, wir gehen auch nur mal sicher. So, das war die Nummer. Prima. Was bleibt jetzt noch? Jetzt bleiben diese zwei Zornleunen, richtig? Na, da wird schon Link rein müssen, sonst wird es kritisch, glaube ich. Ich glaube, es wird sonst echt kritisch. Wir laden mal links A auf und dann geht er mal zu den Zornleunen. Ich meine, die anderen können ja eigentlich auch mit. Können ja alle mit zu den Zornleunen. Mipa muss ich jetzt einfach mal ausruhen. Mipa muss sich jetzt aber ausruhen. Mipa darf da bleiben. So ein Ding ist das. Moin! So, A ist aufgeladen. Und die kommen schon, die kommen schon, die kommen einfach schon. Mipa muss sich jetzt auch mit dem Zornleunen kommen. Ich muss, ich muss seinen Fokus erstmal verlieren. Ich muss die Viecher hier erledigen. Das geht ja gar nicht. Solange hier zu viele Gegner sind, haben die die ganze Zeit Oberhand, weil die halt einfach von überall angreifen. Yo, 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 chillt mal. Ja, das meine ich. Solange die Viecher da sind, haben wir echt Probleme. Die müssen weg. Okay, Zelda. So, das ist doch schon viel besser. Jetzt kann Zelda hier auch ordentlich einmal reinknallen. Hau ihn weg. Aua! Nice, 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 nice! Adieu. Bleibt nur noch er hier übrig. Zelda macht das jetzt. Jetzt sind schon wieder neue Gegner aufgetaucht. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Weg mit euch. Ja, super Eis gemacht, Zelda. Super. Immer wieder einen Spaß, mit dir Eis zu machen. Ich werde jetzt nicht noch zu Ganon. Okay, ich wechsle noch zu Ganon. Alles klar. Alles klar. Ganon macht den Rest. Gar kein Problem. Alter. Oi. So, jetzt weg mit dir. Wahnsinn. Was ein Kampf. Ei, 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 ei. Ich weiß, ich hätte Magie einsetzen können. Nein, Magie habe ich jetzt komplett rausgelassen. So. Link hat mehr zum Leveln. Vielleicht kriegen wir es jetzt hier auf 30. Yo. Startwert 62. Alles klar. Aber ich werde auch mit dem Roboter wahrscheinlich jetzt nicht mehr kämpfen. Also mit Teraku. Ich schätze mal, das ist alles... Oh. Wait a moment. Wir haben jetzt ja wieder die Situation, dass wir die letzte Mission auf der Karte auslösen können. Also die letzte Upgrade-Mission. Und dann gibt es aber ja trotzdem noch diese eine Mission, die übrig ist, wo ich nochmal so einen Stein bekomme. Ich habe ein bisschen Bammel, dass es immer noch nicht alles war. So, aber das hier geht jetzt. Und das ist die letzte Mission in Nikluda. Zusätzliche Ladung für Energiestrahlenangriffe. Okay. Und damit ist Nikluda auch voll. Gibt Rodonid mal 50. Damit kann ich auch den Stern auslösen. Und jetzt ist der Stern in Hyrule voll. Jetzt kriegen wir das komplette Link-Outfit. Jetzt geht auch das hier. Du hast es geschafft! Alles gelöst. Warriors-Mütze. Und okay, den Rest zeigt es gar nicht an. Ist auch ganz in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber jetzt haben wir alles gemacht. Und es bleibt trotzdem eine Mission und ich kriege nochmal so einen Stein. Bleibt dann ein Stein einfach übrig? Weil wir haben jetzt 100%. Also 100% der Probleme gelöst. Wir haben alles vollständig. Wir haben alles vollständig. Nur diese eine untere Mission bleibt noch. Diese eine Mission, an der wir so hart gescheitert sind bisher. Krass. Krass, 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 krass. Ja, ich würde sagen, die machen wir noch. Die machen wir noch. Dann ist das jetzt hier der vermutlich wirklich diesmal letzte Part. So, das ist, das ist mein Link. Ähm... Dann gehen wir kurz hier hoch. Leveln des Masterschwert hoffentlich noch auf 30. Sollte hinhauen. Okay. Die Glückskelle muss dran glauben. Verborgene Siegel hinzufügen. Ja. Heilung bei Angriff. Stabil. Das Masterschwert auf Level 30 hat Heilung bei Angriff. Ja, nice. Nehme ich mit, würde ich sagen. Sehr schöne Sache. Okay. So, wo kann ich gerade schön Diamanten verkaufen? Hier nicht. Hier auch nicht. Aber guck mal, hier ist jetzt zum Beispiel dieser Roboter-Kram hinten. Der ist gerade im Dings. Da habe ich doch auch einiges. Wie viel kriege ich denn da für 200? 500 für den Riesenkern. Ich, ich, ich lass es mal. Ich lass es mal. Ich will eigentlich die Diamanten verkaufen. Es muss doch bestimmt hier irgendwo den Händler mit Diamanten geben. Nein, das sind die Insekten. Das ist Fleisch. Da sind, ne, das sind auch nicht die Diamanten. Das sind die Monster-Dinger. Das ist was anderes. Das ist gar kein Angebot. Gibt's doch nicht. Auch kein Angebot. Ich find kein Diamanten-Laden. Oh, hier ist noch. Hier war ich noch nicht drin. Da sind meine Diamanten. 122 für 1250. Wir verkaufen mal 20 Stück. So. Und dann leveln wir mal noch ein bisschen. Mit Zelda kämpfe ich. Wie viel kostet's hochzuleveln? Ah, okay. Vielleicht, vielleicht muss es nicht auf 90 sein. Äh, vielleicht muss es nicht auf 100. Machen wir mal auf 90. Das reicht aus. Zelda auf 90. Mifa auf 90. Und Ganon auf 90. Dann verkaufen wir noch mehr Diamanten. Ich wollte nämlich noch was machen. Was ab? Was ab? So, zack. Kann ich hier irgendwo? Nein, kann ich nicht. Ganon will ich noch kombinieren, sein Kram. Okay, der hat nicht viel. Was soll's. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Schaden ging hoch. Schneller geht da. Scheiß drauf. Ist egal. So. Mehr geht da leider nicht. Mifa kann man noch zu Ende leveln. Die hat noch ganz viel Kram. Zack, 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 zack. 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 Und zack, 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 zack. Wenn ich Glück habe, geht's bis 25 hoch. Kein Glück Scheiß drauf Und Zelda noch Die hat auch noch ganz viel Kram in der Tasche Genau Zack, 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 zack Nein Zack, 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 zack Zack, 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 zack Zack, 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 zack Kann ich dich einfach alles auswählen mit einem Schlag Einfach fünf Sachen auf einmal auswählen Geht das nicht irgendwie? Nee, geht scheinbar nicht Okay, scheiß drauf So Reicht die Kohle überhaupt? Sind wir bei 24 Das wird auch wieder nicht bis 25 gehen Nee, das reicht wieder nicht bis 25 Scheiß drauf Ist egal Passt schon Passt schon Wir haben genug gelevelt Wir sind aufgeladen Auf in die vermutlich letzte Mission Noch einmal Wir wissen Wenn wir es weit genug schaffen Kriegen wir immer wieder einen Checkpoint Das ist ganz gut Ne? Das wissen wir schon Ähm Ja Gucken wir mal Gucken wir einfach mal Wie es läuft Was geht das für ein Schiff Was geht das für ein Schiff sollte um für ein Schiff Das ist ganz gut Weil wir teacher lam Hub Das ist ganz gut Und das ist etwas Und das ist das war Kas So. Okay, wir machen es wieder wie das letzte Mal. Wir schicken Zelda als erstes hier hin. Mipha geht hier runter. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber Link hier lassen finde ich schwachsinnig. Ich lasse eher Ganon. Ich lasse eher Ganon hier, dass er sich dann hier um das Ding kümmert, wenn da die Wächter auftauchen. Und gehe mit Link. Mit Link würde ich hier hingehen. Ja, dann spiele ich Zelda als erstes. Oh, ich bin noch bei Ganon, ne? Ups. Ganon hier hin. Link hier hin. Haben jetzt alle richtig eingestellt. Zelda geht hier. Mipha geht hier. Okay, passt schon. Aber Zelda mache ich gerade selber. Zelda mache ich selber. Äh, falsche Richtung Zelda. Wenn du bitte richtig laufen würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Dass wir gleich zu dem coolen Kinox kommen. So kommen wir nicht zu dem coolen Kinox Zelda. Wenn du dich so anstellst, kannst du bitte etwas gediegener laufen. Das wäre super. So. Da drüben ist der Kinox. Lauf ich gerade irgendwie völlig falsch? Ah mein Gott. Lass mich in Ruhe. Alter. Ja. Ja, Alter. Da ist er. Da würde ich hin. Einmal bitte das Tor öffnen, Kollege. So. Wenn sie jetzt schön ihr A aufgeladen hat, das ist sehr gut. Dann kann ich das nachher gleich einsetzen, wenn ich zu Astor reinrenne. Prima. Sehr schön. Das sollte für den Kinox reichen. Perfekt. Dann gehen wir einmal rein. Äh, wir gehen einmal rein. Und räumen einmal die Kollegen da weg. So. So. So, Astor. Ich hab Astor gar nicht anvisiert. Oh Mann, wie dumm. Ich visiere... Oh, weil ich den kleinen Link hier anvisiere. Geh weg. Gut. Jetzt. Aua. Komm. Zelda heilt sich mal ne Runde. Dafür haben wir es ja geholt, ne? Das Heilzeug. Und das sollte reichen, dass er sich ab... Dass er sich ne Runde verzieht. Jawoll. Das reicht. Gut. Dann übernimmt Link jetzt erstmal hier drüben. Und Zelda geht schon mal hier runter. Bisher kriege ich noch keine Meldung aus dem Hauptquartier. Sollte also alles noch passen. Ja, genau. Dich brauche ich, mein Freund. Und wie ist das jetzt gemeint, dass das Schwert bei Angriff heilt? Bisher sehe ich keine Heilung. Aber vielleicht macht es das auch nur manchmal. Ja gut, würde auch Sinn ergeben, ne? Vielleicht aber auch, wenn man einen Spezialangriff macht oder so. Das kann natürlich auch sein. Nice. Sehr schön. Alter, was da drüben los ist schon wieder? Nein, ich hab's Eis verpasst. Ah, wie dumm. Was soll's. Der ist gleich down. Seitlich sind wir sehr gut dabei. So, weg mit dir. Ab zu Astor. Vorher kurz die Viecher hier wegnudeln. Weil mir das schön mein A auflädt. So, mit dir will ich mich gar nicht beschäftigen, blöder Wächter. Wollte nur mein A ein bisschen aufladen. Danke. Schön. Für die Kooperation. Sehr freundlich. Moin. Ah, jetzt hat's aufgeladen. Ah, jetzt hat's aufgeladen. Was ist das hier? Ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu leichtsinnig spiele. Aua. Aber jetzt sind keine Gegner mehr da, und jetzt hab ich alles außenrum erledigt. Sehr nice. Jawoll. Ja, zeitlich haben wir deutlich noch mehr Zeit als damals, als wir da immer zu Mifa gewechselt sind. So, mach dich weg. Sehr schön. Okay. Link. Würde ich mal kurz zur Festung zurückschicken. Tatsächlich. Zur Sicherheit. Und wir wechseln zu Mifa. Mifa! Ich würde es versuchen! Äh, so. Die Nummer hier kennen wir jetzt schon. Okay. Okay. Das machen wir jetzt wirklich auch gleich wieder mit Magie, wie damals auch. da kenne ich nix. Genau so ziehen wir das jetzt durch. Äh, was? Hat mein Feuer nicht funktioniert? Was war das denn? Für ne Scheiße. Ja. Schlau! Zurück! Das war ja frech. Hä? Was treff ich denn da nicht? Wir verarschen? Oh, man hat das nicht getroffen zweimal. Das war ja richtig frech. So, das dürfte reichen gleich, wenn ich mich ein bisschen schicke noch. Okay. Abflug. Und da ziehen wir jetzt mit dem Elektrogramm, hm, mit dem Elektrogramm wieder durch. So. Gleich nochmal. So, und zieht sich zurück. Okay. Perfekt. Gut. Mipha geht jetzt auch hier hin und Zelda muss sich jetzt um den Bereich da unten kümmern. Gernon! Nee, wollte ich nicht. Prinzessin! Ich komme departe. Genau. Die Prinzessin ist jetzt dran. Ich schwöre die Kraft. Hol sich erstmal ihr A, um dann dem... Aua! Um dann dem Läunen zu verprügeln. Dann kommt dieser scheiß Wächter schon wieder dazu Mit dir will ich eigentlich gar nicht spielen, Kollege So, Eis und ab dafür Das hat nicht so hingehauen, wie ich das wollte Ist aber okay Einfach nochmal Eis Haut's jetzt hin Jawohl Alter, wie er einfach durchdrascht, ne? Richtig frech So Tor ist offen Jetzt ist die Frage Ist Mipha auch da? Ja, Mipha ist auch da Perfekt Wechseln wir wieder zu Mipha zurück Und Mipha bekommt Zum zweiten Mal Ihre Chance für das Viech Perfekt Na Lasst mich in Ruhe Lasst mich den erledigen So, sehr schön Eine Minute noch Zeit Und nochmal Es ist halt trotzdem immer noch ganz schön knapp, ne? Muss man mal sagen Aber das muss jetzt reichen Yes Was passiert jetzt? Hilfe Achso Ach, er kommt auch noch Aber Zelt ist jetzt Oh nein Ist die Zeit jetzt immer noch die gleiche? Hahaha Was? Okay, wo ist der jetzt aufgetaucht? Ja, wo, wo, wo? Mitten auf dem Schlachtfeld Der hat das jetzt nicht so geil Oh shit Und das immer noch in 40 Sekunden Das könnte jetzt kritisch werden Ganon gegen Ganon Wie wär's damit? Scheiße Oh nee Okay, auf jeden Fall Alle in die Mitte Alle in die Mitte Ganon in die Mitte Aber 40 Sekunden Die reichen nicht aus Das ist ein Problem Und diese 40 Sekunden Krieg ich jetzt jedes Mal Wenn ich Wenn ich die Situation starte Ah Abflug Lass mich da durch Ja, wie soll ich denn das in einer halben Wo ist er denn? Da Wie soll ich denn das in einer halben Minute schaffen? Oh nee Das krieg ich nicht Das Oh fuck Das gehört zu der Zeit dazu Scheiße Ja, das war's komplett Ja, das war's komplett Wenn ich jetzt starte Starte ich bei den 40 Sekunden Geil Scheiße Scheiße Ich hatte schon den Eindruck Dass ich recht schnell war To be honest Verdammt So wird es nix Wie mache ich das am blödsten? Wie gehe ich die Mission an? Das Problem ist halt Jetzt habe ich vor allem Alles mögliche wieder verbraucht Ich meine Ich probiere es jetzt noch einmal Ganz schnell mit Link Dahin zu rennen Aber das wird nix Trotzdem schicke ich Mifa In die Mitte Weil die hat es A aufgeladen Achso Jetzt sind ja eh wieder Ja, okay Jetzt haben alle wieder ihre Energie zurück Ganon gegen Ganon Ist auch lustig Naja, was soll's Vielleicht kann ich ja mit ganz viel magiegespammt Das noch hinkriegen Ich glaub's zwar nicht Aber wer weiß Äh, falsche Taste Was haben wir denn noch übrig? Oh, wir haben nicht mehr viel übrig Das ist natürlich scheiße Das ist jetzt natürlich Müll Wenn wir kaum noch was übrig haben Ja, dann kann ich das natürlich Ja Das kann ich Nee, das kann ich echt vergessen Das kann ich vergessen Ich hab keine Magie mehr Äh, seh ich Puh 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 Neun Minuten für alles Wir müssen da im nächsten Part nochmal rein Ich dachte, das hier haut jetzt hin Als letzter Part Es haut nicht hin Wir müssen da nochmal rein Es tut mir leid Danke fürs Zuschauen Und Und Puh